ja hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei space engineers ach herrlich ja nichts macht ja momentan mehr spaß als das doch ein paar sachen schon aber zumindest bastle ich hier sehr sehr gerne mit euch zusammen an unserer ganzen anlage gerade das gefällt mir sehr sehr gut so hier haben wir schon mal den sensor gebaut das ist okay den sensor haben wir noch nicht benannt das ist dann sensor hangar vor raum oder so so flur für hangar flur genau das ist dann innen genau so wir wissen wir müssen das jetzt auf zwei machen sonst funktioniert es nicht das andere zurück können dass nichts irgendwie das irritiert sehr schön und dann halt da muss ich es noch die tübe nennen hangar vorraum ach so habe ich doch hangar vorraum genannt warte genau so und dann so das jetzt dann auf zu sieh einer an ups wir brauchen hier einen gravitations generator definitiv ähm okay müssen wir jetzt hier einen sensor anbringen ja übel ist krass ne auf einmal bäm hast du keine gravitation mehr und hängst hier in so schwere losigkeiten und weiß nicht was du machen sollst aber was schön ist ich brauche mich nicht um die türen kümmern weil ich wollte eben schon sagen oh jetzt muss ich da durchklicken nee brauche ich nicht das ist geil so kommunikations komponenten ich glaube wir brauchen noch sensor komponenten warte mal was was ist das andere ich guck mal ganz kurz ja sensor komponenten sind das ist ja ich wusste es doch ah 20 müsste reichen viel brauchen wir da jetzt nicht aber die na komm wir packen wir mal hier von ein bisschen was weiß ich 200 nur das soll ein bisschen platz haben für die sensor komponenten ja aber es macht es echt einfacher ne wenn du wohin willst kurz das hier so entsprechend machen und bäm hast du es so genau das ist dann jetzt sensor hangar vorraum außen herrlich ja es ist gut dass die dinge gibt ich mag das auch damit zu arbeiten kannst du so schön so ein paar kleine automatische sachen bauen wie jetzt das hier mit den türen alleine schon ne genau so auf zu wunderbar testen wir mal so fliegen hier hin das ist das geht doch so dann kommen wir hier an und schubs darf ich rein sehr gut mal zumachen kurz ähm ich hätte ja gesagt das hier würde ich gerne jetzt ändern dass wir hier praktisch ähm das 1 später erst haben damit wir hier auch einen sensor hinbauen können das heißt wir werden hier kurz auf den lüften ist alles zu ja kurz auf den lüften gehen genau das umswitchen Helm schon mal aufsetzen und dann dann machen wir es dann einfach hier hin die Tür ne Sliding doors da ist es sehr gut dann setzen wir es einfach hier ran ist das richtig sieht mir zumindest richtig aus ach guck mal fehlt uns ein bisschen Panzerglas das ist ja schön das kriegen wir von hier das müssen wir nur aufpassen ähm Jetpack ist an okay ach siehste ich habe nicht die Farbe umgestellt fällt mir gerade noch auf ah das müssen wir gerne erinnern nein 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 was hä ach ätzend so schlimm ne dass wir jetzt drehen ja genau und hier dann auch noch na das passt schon haben wir ein paar viele Teile übrig ne ich brauche noch dieses Catwalk Ding oder Laufstieg da unter Laufstieg finde ich das andere ja genau wunderbar einfach nur wenn es einheitlich aussieht ne und dann ist die Sache dann kann ich nämlich das hier auch aufbauen äh nein das ist nicht so wunderbar können wir das zumachen das ist dann jetzt ähm Sliding Door Ausgang und der Bächenhaft zwar jetzt wieder belüften Helm drauf sehr schön dann ich weiß gar nicht ob wir jetzt hier einen Sensor dran anbringen können uh das müssen wir mal ausprobieren ob das jetzt geht ach funktioniert sehr schön äh mich auf den Schuss glücklich Computer fehlt noch oh ne das ist aber nicht richtig gesetzt oh das war jetzt knapp aber das ist ein kleines Problem würde ich sagen ähm wir müssen den Computer mitnehmen naja so ein paar 200 sollte ja reichen genau und dann kurz das anbringen naja so sieht es besser aus ja wenn das richtig also wenn das irgendwie anders guckt dann sieht das komisch aus ich weiß nicht nee nee das mag ich sonst nicht so Sensor dann wieder Bezeichnung ne Ausgang Innen hm und bevor wir den jetzt soweit aktivieren setze ich vorsichtshalber den Helm erstmal auf so und wenn der hier ok also die Sache ist jetzt ich möchte das gerne machen dass also wir haben den Schalter hier sowieso mit was hin und her schalten können aber ich Entschuldigung ich möchte dass wenn wir diesen Sensor aktivieren dass die Tür aufgeht und das hier auf Entlüften steht also das ist wichtig wenn wir dann draußen sind ne und wenn wir reingehen also wenn wir dann rausgehen dann entsprechend halt ähm einfach nur die Tür auf und zu und wenn man rein praktisch die Tür ist dann zu ja also hier steht einfach nur mal zu durchgespielt wir gehen raus so Tür geht auf wird auf Entlüften gestellt draußen der Sensor macht die Tür wieder zu so wir kommen wieder zurück Tür geht auf der Sensor macht die Tür dann zu und stellt wieder um sodass dann halt belüftet wird also genau die Reihenfolge wie es auch sein sollte und ich denke das ist einfach das Beste ähm das heißt wir werden das mal hier so einstellen das heißt die Konfiguration wäre dann als erstes welcher Lüfte ist denn das jetzt hat der Namen Lüfter Schleuse ah gut okay das ist okay so ja haben wir jetzt mittlerweile ein paar ne Lüfter Schleuse und dann Entlüften an aus so halt und das Zweite ist dann Ausgang auf zu so jetzt hat er umgestellt und das müsste ja eigentlich eigentlich müsste er umstellen wie ist denn das bei dem jetzt hier ein Tief was haben wir denn da eingestellt weil jetzt eben hat das ja nicht funktioniert Tag Button Entlüften an aus ist interessant mal kurz gucken aha okay jetzt stellt er wieder um ah okay okay ja wir sehen jetzt pustet da Luft rein sehr schön gut ich geh mal raus das verstehe ich jetzt nicht kurz das hier machen okay gut er belüftet jetzt so und wenn wir jetzt rausgehen müssen wir gucken macht erst auf den Lüften und dann macht er das wenn wir da rausgehen ah okay ist ja interessant ist natürlich auch nicht schlecht ne mh so und dann müssen wir natürlich jetzt hier draußen noch den anderen Sensor anbringen der kommt dann direkt wirklich ja kommt er direkt hier dran nee jetzt machen wir anders warte mal genau was das geht natürlich nicht so richtig wie ich mir das vorstelle jetzt ehrlich gesagt ähm halt ich will den Eingang ein bisschen geschützter haben dann machen wir das so dann kann ich das darüber lösen müssen wir das hier wegnehmen so kurz das ganze verändern machen wir nämlich eins weiter praktisch ne dann würde das einfach nochmal so dann machen wir das dann hier einsprechen genau das ist auch wunderbar vor allem kann ich hier dann noch einen Raum mehr machen beziehungsweise das ganze so handhaben und dann machen wir hier noch so ein so ein catwalk drauf genau dann kann ich da ja dann auch entsprechend an der Decke dann das anbringen den ähm Sensor Stahlrohr fehlt na egal machen wir gleich hab ich hier noch Gravitation ne doch hab ich noch ah gut das ist wichtig dass man hier auch drauf langlaufen kann ne das heißt uh hey geht nicht langlaufen das kannst du vergessen gibt's heute nicht ne 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 das ist wichtig dass man hier sie hinstellen kann ne find ich gut so ach aber wir rausgetrieben wurden weil das mit dem Belüften noch nicht fertig war also man muss dann wirklich rein theoretisch warten bis das mit dem Belüften fertig ist so ein kleines Stahlrohr hatte mir glaube ich gefehlt ne bin ich der Meinung ah 100 Stück äh das kann kann nicht schaden kleine Stahlrohre brauchst du immer so sehr gut echt es fehlt immer noch welches kann nicht wahr sein warten wir kurz ja jetzt fängt er an weil dann hat man nicht diesen Druckunterschied hier und auf einmal funktioniert es nicht echt so viele brauche ich dafür hätte ich ja nicht gedacht hm wir müssen sowieso gleich wieder rein rausrennen sehr gut jetzt ja sehr schön so jetzt können wir dann auch den Sensor anbringen ich hoffe ich habe alle notwendigen Teile ist das so richtig ja sieht gut aus ah wir haben sogar wirklich alle notwendigen Teile sehr schön so das ist dann Sensor ja und Überraschung Ausgang ja was ich richtig schreiben würde Außen mhm ja wie gewohnt alles wieder zurückschrauben ja schon cool was man da machen kann ähm genau und der soll einfach nur aufzugehen genau mehr musst du ja gar nicht machen wunderbar genau wenn man dann halt draußen ist ne entsprechend so jetzt müsste er belüften genau wir testen das jetzt einmal okay jetzt rausgehen so Tür geht zu sehr schön alles in sich geschlossen wunderbar was willst du mehr ne einzig Problem ist bloß wenn jetzt hier achte jetzt hat er hier oben drauf reagiert oder was öh das ist natürlich uncool naja wenn du jetzt hier drüber fliegst war es das praktisch zack 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 zack